Und damit springen wir auch schon gleich zu dem nächsten Redner und zur nächsten Thematik. Herr Professor Martino Mona von dem Institut für Kriminologie, also Strafrecht und Kriminologie, so heißt es korrekt. Ein Wissenschaftler, der ebenso wie sein Vorredner relativ viele Stationen als Student und als Wissenschaftler schon vollzogen hat und damit ebenfalls ein gutes Synonym darstellt für die Migration moderner Akademiker. Die verschiedenen Stationen von Fribourg über die Sorbonne nach Amerika, Harvard, Oxford bis letztendlich über Luzern hierher nach Bern, will ich jetzt im Detail gar nicht weiter auflisten. Das Interessante ist, dass er eben neben den Rechtswissenschaften auch Philosophie und Kunstgeschichte studiert hat und so ist dann eben auch zu erklären, dass eben seine Designation eben nicht nur das Strafrecht ist, sondern eben auch die Rechtsphilosophie und die Rechtstheorie. Und aus diesem Kontext heraus erklärt sich dann auch eben das Thema seines heutigen Vortrages. Ich sehe jetzt allerdings noch keine Präsentation. So, jetzt kommt es. Und damit übergebe ich das Wort an Herrn Mona. Vielen Dank, dass Sie hier das Referat übernehmen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank auch an Kollege Bloch für ein wirklich hervorragendes Referat. Sehr bewegend auch. Ich werde versuchen, das extrem hohe Niveau halbwegs zu halten. Mein Ziel ist, Ihnen eine These zu präsentieren. Ich möchte Ihnen etwas vorschlagen, nämlich, dass die Menschen grundsätzlich ein Recht haben auf Einwanderung, ein Recht haben, ein Zuwandern, ein Recht auf Migration. Ich möchte beginnen mit einigen Zitaten, Passagen. Gefahr einer Überfremdung, ich habe das ein bisschen hervorgehoben. Sie belästigen unsere Frauen. Es findet eine massive Völkerwanderung statt. Es geht darum, einen Damm gegen verheerende Wildwasser zu errichten. Und dann gibt es auch noch irgendwelche Leute, die sich als Flüchtlinge ausgeben. Und dabei sind sie das überhaupt nicht, denn sie besuchen ja illegal und heimlich ihr Heimatland. Also wie soll das gehen, wenn sie ja eigentlich Flüchtlinge sind? Sie sind eigentlich vielmehr politische Saboteure. Das sind nicht Passagen von heute. Damit sind nicht Eritreer gemeint hier. Das sind nicht Menschen aus Tunesien. Sondern damit sind Italiener und Ungarn gemeint. Vielleicht haben sie sich jetzt schon ertappt, wie sie dachten, nach jetzt beginnt er schon wieder, da zu erzählen, aus den Zeitungen zu zitieren, was das alles für üble Menschen sind, warum man all das mit diesen Menschen in Verbindung bringt, Kriminalität, Belästigung von Frauen. Und das ist eine Zusammenfassung der 50er, 60er Jahre. Das sind Paraphrasen aus Zeitungen jener Zeit. Damals hatten die Schweizer, ich vereinfache jetzt hier grob, auch Angst vor Überfremdung. Und zwar massive Angst. Sie hatten Angst vor den Ungarn und sie hatten Angst vor den Italienern. Damals gab es die ersten Überfremdungsinitiativen und die eine, die ganz berühmte von 1970, die gingen dann haarscharf, hätten nur 4% mehr Ja gestimmt, hätte das dazu geführt, dass über 300.000 Ausländer von den 600.000, die damals in der Schweiz waren, hätten ausgewiesen werden müssen. Haarscharf. Also es war vorhanden, diese Angst. Und was man natürlich daraus lernen könnte, ist, dass es immer Ängste gibt, die sich rückblickend als unberechtigt erwiesen haben. Erstaunlicherweise ist die historische Kompetenz der Menschen in diesen Belangen meines Erachtens etwas beschränkt. Es ist irgendwie ein Horizont vorhanden, das endet so ein Jahr zurück ungefähr. Man will gar nicht wissen, was früher war, wie früher damit umgegangen wurde. Jetzt sagen natürlich die Leute, ja, wir kennen die Geschichte von früher, die Spaghetti-Fresser, die Chinken und so, die waren natürlich eben letztendlich so wie wir. Die Ungarn ohnehin. Natürlich sind sie illegal zurückgereist, aber deshalb waren sie noch lange keine Spione. Bei den Eritreern sieht das schon ganz anders aus. Die Italiener und Ungarn waren so wie hier, deshalb hat die Integration auch so gut geklappt. Mit heute kann man das überhaupt nicht vergleichen. Es ist evident, wie sehr hier die heutige Situation kritisiert wird, in ein negatives Licht gerückt wird und das Vergangene idealisiert wird. Warum geschieht das? Warum haben wir diese Tendenz, das Vergangene zu idealisieren? Aus dem einfachen Grund, weil wir hingehen können und sagen, früher, da war alles in Ordnung, da kamen die netten Italiener, da kamen die Ungarn, die waren ja auch demokratiefreundlich und so wie wir. Heute kommen Leute, die können wir nicht integrieren. Man muss diesen Unterschied eigentlich herbeidenken, herbeireden. Damals hatten wir alles im Griff, heute ist alles außer Kontrolle. Warum? Weil wir so unfähig und so unvernünftig waren, die Grenzen zu öffnen, die Gesetze zu liberalisieren, nicht mehr hart durchgreifen. Diese Aussage ist Unsinn aus dem einfachen Grund, weil für alle bekannt ist, dass das Ausländerrecht und das Asylrecht in den letzten 40 Jahren massiv verschärft wurde. Also wir haben keineswegs irgendwas von Liberalisierung, die hier stattgefunden hat. Wir haben vielmehr ein System, das, wenn man sich damit beschäftigt, jetzt als Jurist in die Details schaut, ein System von Verboten, Hindernissen, von aufgeblähter Bürokratie ist, was man quasi in den schlimmsten Albträumen sich gar nicht hätte vorstellen können, dass ein Staatswesen überhaupt fähig ist, ein solches Konzept, ein solches Konstrukt von Gesetzen und Verboten überhaupt aufzurichten. Es ist das Nonplusultra einer aufgeblähten Staatsbürokratie für ein Phänomen, und das ist Teil meiner These, Teil meines Argumentes auch, für ein Phänomen, was eigentlich mit ganz gewöhnlichen verwaltungstechnischen Maßnahmen geregelt werden könnte. Stattdessen haben wir eine völlig aufgeblähte Bürokratie. Warum haben wir das? Ein Zitat von Dürrenmant. Das habe ich übrigens aus dem Programmheft vom Theater das Versprechen, das zurzeit in Bern läuft. Ich erlaube mir hier, eine kleine Werbepause einzuschalten. Entgegen dem, was in der Zeitung berichtet wurde, ist das ein ausgezeichnetes Theaterstück, und ich kann es Ihnen wärmstens empfehlen. Ich hatte ja immer den Traum, also ich oute mich jetzt hier, wie Henry Fonda zu sein in 12 Angry Men. Seit ich das Theater gesehen habe, möchte ich sein wie Matthei im Versprechen. Sehr elegant, sehr tiefgründig. Ich kann es Ihnen wärmstens empfehlen. Da drin ein Zitat von Dürrenmant. Planmäßig vorgehende Menschen wollen ein bestimmtes Ziel erreichen. Der Zufall trifft sie dann am schlimmsten, wenn sie durch ihn das Gegenteil ihres Ziels erreichen. Das, was sie befürchteten, was sie zu vermeiden versuchten. Dass wir als Staat überhaupt nur funktionieren können, indem wir Migration massiv einschränken, dass überhaupt Gesellschaften nur funktionieren, wenn sie Migration verhindern, das ist eine Annahme, die historisch überhaupt keine Grundlage hat. Alles spricht eigentlich dagegen, dass dies so sein muss. Der Mainstream von heute will das natürlich anders sehen. Da wird behauptet, ohne massive Kontrolle der Einwanderung bricht unsere Gesellschaft zusammen. Also geschieht genau das, was Dürrenmant hier beschreibt. Wir versuchen, Ziele zu erreichen, indem wir planmäßig vorgehen, indem wir Gesetze, Verbote aufstellen. Die Folge davon ist etwas ganz Verrücktes. Nicht, dass wir die Migration verhindern können, das hat der Tobias Eule schon dargestellt, inwiefern das eben nicht geht, sondern, dass dann, wenn sie kommt, und sie kommt eben, das ist ein Naturereignis sozusagen, dann trifft sie uns viel mehr, dann beschäftigt sie uns viel mehr, sie beleidigt uns fast, weil wir denken, wir hätten sie eigentlich unter Kontrolle. Das ist genau dieses Phänomen, was hier eigentlich verstärkt jetzt geschieht. Wenn wir in die Geschichte zurückschauen, dann stellen wir Folgendes auch fest, wenn wir Migration nicht verhindern möchten, ich gehe hier an diesen Stühlen vorbei, möchte ein bisschen das Publikum hier auch noch sehen, ich habe schon Angst, dass wir uns dann hier hinsetzen müssen, weil die sehen ziemlich gefährlich aus. Wir müssen also, wenn wir in die Geschichte schauen, dann stellen wir fest, dass wenn die Menschen, die Migrierten, möglichst in Ruhe gelassen wurden, immer dann, wenn die Bürokratie auf einem Minimum gehalten wurde, dann haben sich diese Menschen, die ja nicht daran gehindert wurden, immer zum Vorteil des aufnehmenden Staates entwickelt, in der größten Zahl. Immer dann, wenn hingegen versucht wurde zu verhindern, wurde das Potenzial eigentlich unterdrückt und es entstand eben das, was Dürrenmacht hier beschreibt, eine Anspannung, die dann quasi zusammenbricht oder explodiert viel besser, wenn die Migration eben trotzdem stattfindet. Migrationsbewegungen verursachen dann Panik, sie verursachen Schock. Wir realisieren plötzlich, dass wir es nicht im Griff haben, dass wir unsere Privilegien vielleicht verlieren, dass wir nicht mehr in unserer heilen Welt einfach so leben können, die kontrolliert werden müsste vom Staat, von der Polizei und so weiter. Das ist eine Dynamik, die auch in diesem Zitat steckt, die mit einem generellen Präventionsdenken zu tun hat. Man denkt, man könne etwas verhindern, indem man es verbietet. Wenn es dann nicht verhindert wird, denkt man, man könne es verhindern, indem man es noch mehr verbietet. Das ist eine Dynamik, die in einen endlosen Kreislauf gerät und immer wie mehr zu Bürokratie und zu Verboten führt. Es sind eben nicht nur diese Bürokratie, diese Bürokratie und die Verbote, die schlecht sind, sondern die Bürokratie und die Verbote sind eben auch der Grund, warum dann die Abneigung, die Angst in der Bevölkerung so groß ist. Sie erleben Kontrollverlust, Sie erleben Erwartungen, die zusammenbrechen, viel stärker, weil sie davon ausgehen, dass man es eigentlich kontrollieren könnte. Also wir haben hier ein Zusammenspiel von Elementen, die sehr zentral ist. Ein Zusammenspiel, das sehr zentral ist, das eigentlich dieses politische Phänomen auch sehr gut umschreibt. Überfremdungsängste. Hat es immer gegeben. Ende 19. Jahrhundert hatten die Schweizer am meisten Angst vor Kantonsfremden. Das war das, was sie am meisten beschäftigt. Was machen all diese Aargauer im Kanton Zürich? Das ist unerträglich. Ja, sie lachen, aber es gab pogromähnliche Aufstände und der Bundesrat musste mehrfach intervenieren, um das quasi in Schach zu halten. Daraus leite ich ab, eine These, die ich einfach mal stehen lasse, die ich nicht groß ausführen werde. Je mehr sich der Staat, die Politik für die Rechte dieser Menschen, die irgendwo hin migrieren, sei es innerhalb der Schweiz, sei es von Europa in die Schweiz, sei es von überall her in die Schweiz, je mehr sich die Politik für die Rechte dieser Menschen einsetzte und je weniger die Überfremdungsängste ernst genommen wurden, desto weniger Probleme gab es. Das lasse ich einfach mal so stehen. Warum werden die Ängste der Bevölkerung ernst genommen? Das ist ein Phänomen, was im Bereich der Migrationspolitik wirklich phänomenal ist. Ich habe hier einen Erklärungsversuch. Es geht nicht darum, tatsächliche Ängste ernst zu nehmen, sondern es geht um ein Zusammenspiel von zwei Personengruppen. Die einen, die so tun, als ob sie die Ängste ernst nehmen, die spielen sich auf, als die fürsorglichen Herrscher, die gütig sind und quasi Interesse zeigen am Volk. Die, die quasi die Ängste haben, die vermeintlichen Ängste haben, die wollen eigentlich etwas ganz anderes. Die wollen einfach jemand, der sagt, du hast recht. So wie du die Welt siehst, ist es genau richtig. Egal, was die Journalisten sagen, egal, was die liberalen Wissenschaftler sagen, wenn du eine bornierte Weltsicht hast, ich sage dir, das hast du zu Recht. Und so bestätigen sich, können sich diese Menschen bestätigen und das verursacht eine politische Dynamik, die hochinteressant ist, die man vielleicht noch besser auch untersuchen müsste. Zum Ausmaß. Es heißt, gut, die Italiener von früher, das waren ein paar Tausende, nein, das waren Hunderttausende. Und heute haben wir plötzlich Millionen von Flüchtlingen, die auf uns zukommen. Das ist ja auch ein Argument, was immer kommt. Es ist nicht so wie früher. Heute haben wir einfach viel mehr. Die Zeit erlaubt mir, ein kleines Experiment mit ihnen zu machen, obwohl ich riskiere immer, dass die Zeit überschritten wird, aber dann können sie sich wenigstens ein bisschen beteiligen hier. Ein Experiment, was ich schon im Dezember mal gemacht habe, in einer Tagung, testen wir mal die Gewalt oder die Macht des Ausmaßes. Also ich schätze jetzt mal hier, sind 200 Leute ungefähr. Ich habe das mal in einer kleinen Runde gemacht, das ging aber auch. Die Menschen, die da hinten stehen oder halbwegs sitzen, das sind die Journalisten, ihr seid die Medien, ihr beobachtet quasi die Schweiz. Also es sind 200 Leute, jetzt nehmen wir an, das ist die ganze Bevölkerung der Schweiz, jetzt muss ich kurz rechnen, nehmen wir an, es kommen 80.000 Flüchtlinge. Das ist ja auch der Auslöser, aktuell Auslöser dieser Diskussionsreihe, Vortragsreihe hier. Drei Personen brauche ich jetzt. Wir betreiben ein bisschen, sind noch mehr, als man quasi befürchtet, die kurz aufstehen. Vielleicht Sie da drüben. Und Sie, Sie ist eine Studentin von mir, die steht gerne auf. Und er, er ist auch ein Student von mir. Machen Sie sich ganz groß, so groß, wie Sie können. Das ist die Flüchtlingswelle. Das ist die Flüchtlingswelle. Das ist der Flüchtlingszunami, habe ich auch schon gelesen. Tsunami, ja. Flüchtlingslawine. Sie können machen, Sie können Wörter entwickeln, erfinden, wie Sie wollen. Das ist die Flüchtlingswelle. Jetzt setzen Sie sich wieder. Oh, wo ist sie? Wo ist sie? Sind alle nass, sind alle feucht, sind alle ertrunken? Niemand. Das sind alle Flüchtlinge, die in die Schweiz kommen, habe ich jetzt so dargestellt. Wer kann Angst haben vor sowas? Ja, also ich behaupte wirklich, da ist Irrationalität im Gange von der übelsten Sorte. Und die Politiker wagen nicht hinzustehen und sagen, jetzt habt mal keine Angst. Ja, das hört sich ein bisschen zu buddhistisch an vielleicht. Aber das ist das, was Sie sagen müssten. Stehen Sie mal auf, so viele sind es, okay, nicht mal zwei Prozent der Bevölkerung. Das lässt sich integrieren. Jeder halbwegs zivilisierte Gesellschaft kann sich integrieren, ohne dass man es überhaupt merkt. Also so viel zum Ausmaß. Jetzt, Zeit ist im Griff, ist gut. Jetzt kommt eigentlich die These. Eine vernünftige und gerechte Migrationspolitik muss sich vom falschen Paradigma befreien, dass es sich bei der Immigration und Flucht um etwas Unrechtes handelt. Meine These ist, dass wir deshalb von Flüchtlingsflut reden, dass wir deshalb immer in Panik geraten, dass wir deshalb diesen Kontrollverlust so schmerzhaft erleben, weil wir das ganze Ereignis als etwas Unrechtes wahrnehmen. Etwas Unerhörtes, etwas Freches, etwas, was sich nicht gehört. Die Leute, die da kommen, die dürften eigentlich gar nicht kommen. Und weil wir das denken, plagt es uns auch so sehr. Also müssen wir wegkommen von diesem Bild, dass das, was die tun, etwas Unrechtes ist. Wir müssen zumindest mal als Idee, ich will das jetzt noch gar nicht in einem Gesetz festhalten, aber mal als Idee uns vornehmen, also uns vorstellen, dass die Menschen, die kommen, etwas Rechtes tun. Sie tun nämlich etwas, was sie ein Recht darauf haben. Ein Recht haben, als Begriff, ist nicht nur etwas, was den Juristen interessiert, indem er irgendwo in ein Gesetzbuch schaut. Ein Recht haben ist ein Symbol. Wenn sie ein Recht haben auf etwas, dann ist das, was sie tun, zulässig. Menschen, die dieses Verhalten beobachten, die erleben das, die nehmen das wahr, als etwas, was zulässig ist. Das darf man nicht unterschätzen, diese Macht der Tatsache, dass sie ein Recht haben auf etwas. Nun müsste man ja dieses Recht haben auf etwas, nämlich Recht auf Einwanderung, schon als Notwendigkeit vorsehen, nämlich damit die Leute weniger Angst haben, damit weniger Panik entsteht. Meine These ist ja, diese Panik entsteht, weil man denkt, es sei etwas Unrechtes. Es reicht aber nicht zu sagen, wir brauchen dieses Recht haben. Man muss das Recht auch begründen können. Wie kann es begründet werden? Atticus Finch in To Kill a Mockingbird, auch seine Idealfigur natürlich der Gerechtigkeit, er sagt in einem berühmten Spruch, you never really understand a person until you consider things from his point of view, until you climb into his skin and walk around in it. Also das mit dem Skin ist natürlich schon eindrücklich. Wir kennen das ja eher mit den Schuhen, das Originalzitat ist wirklich mit Skin. Warum bringe ich Ihnen dieses Zitat? Weil dieses Zitat meines Erachtens der Anfangspunkt ist für jede Begründung eines Rechts, eines Freiheitsrechts, wo es noch keine Freiheitsrechte gibt. Wir müssen uns überlegen, Menschen, die eben möglicherweise noch keine Rechte haben, noch keine Freiheiten haben, wie erleben die das? Die Tatsache, dass sie vielleicht diskriminiert werden, dass sie keine Freiheiten haben. Das können wir, indem wir uns in diese Person hineinversetzen. Wir müssen es an unserem eigenen Körper spüren. Auch Adam Smith, der große liberale Ökonom, hat immer gesagt, der Ursprung von jeder moralphilosophischen Überlegung ist, stell dir vor, wie du leiden würdest, wie du dich freuen würdest, wenn du im Körper einer anderen Person wärst. wenn du die Ereignisse aus der Perspektive eines anderen Menschen wahrnehmen würdest. Nun ist klarerweise dieser Perspektivenwechsel, sich in die Haut eines anderen versetzen, ist besonders dann schwierig, wenn dieser andere eine Person ist oder eine Personengruppe ist, mit der ich eigentlich gar nichts zu tun habe, die mir ganz weit weg ist, irgendwo in Syrien beispielsweise oder noch weiter, Afghanistan. Ich kann mich sehr gut in die Haut eines Menschen versetzen, der mein Bürokollege ist oder in einen Familienmitglied oder eine Person, die in meiner Stadt lebt. Aber es ist schwierig, in einem Ausländer, der noch gar nicht hier ist, sich in diese Person hineinzusetzen. Deshalb ist dieser Perspektivenwechsel, den wir aber brauchen für jede Begründung des Rechts, besonders dann schwierig, wenn es sich um Rechte für Ausländer handelt, für Menschen, die noch nicht zu uns gehören. Da müssen wir den Mel Brooks bemühen. Der hat mal gesagt, Tragedy is when I break a fingernail and comedy is when you fall down a manhole and die. Das ist die Mel Brooks Theorie des Rechts. Wenn man der folgt, dann stellt man folgendes fest. Ich kann für mich selber alle möglichen Rechte in Anspruch nehmen, solange ich dafür sorge, dass der andere durch diese Übertragung der Rechte zu mir einfach alles verliert. Do unto the rights of others whatever it takes to make me feel more secure. Sicherheit, Freiheit, das sind so die üblichen, die klassischen Gegenpole bei der Rechtsfindung. Was müssen wir aufgeben, damit wir vom anderen mehr haben? Die Mel Brooks Theorie des Rechts zeigt uns, dass es eben nicht darum geht, nur zu schauen, was muss ich aufgeben, damit ich mehr Freiheit habe? Oder in welche Position muss ich mich versetzen, damit ich weiß, was die Gerechtigkeit von mir verlangt im Hinblick auf rechte Zuteilung oder Freiheit. Das Problem ist eben, dass wenn wir diese Überlegung machen, dann kommt genau der Mel Brooks mit seiner Theorie ins Spiel, die daneben lautet, ihr müsst gar nicht selber auf Freiheiten verzichten. Ihr könnt einfach andere Menschen, die man aussonden kann, denen könnt ihr die Freiheit wegnehmen. Es ist nicht ein Austausch von meiner Freiheit für mehr Sicherheit für mich, sondern man nimmt anderen Menschen die Freiheiten weg, damit ich sicherer bin. Ich verzichte gar nicht auf Freiheit. Und das ist ein Phänomen, was bei diesem Austausch, vermeintlichen Austausch von Freiheit und Sicherheit eben immer wieder vorkommt. Und Sie sehen jetzt natürlich hoffentlich schon, wo kommt das besonders oft vor, nämlich dann, wenn diese andere Gruppe, der man möglichst viele Freiheiten wegnimmt, damit wir sicherer sind, eine Gruppe ist, die man eben die Ausländer nennen kann. Also eine Gruppe von Menschen, zu denen ich nie gehören werde. Das ist natürlich ausgezeichnet, weil dann riskiere ich überhaupt nichts. Dann bin ich wie Lord Angelo in Shakespeare, Maß für Maß. Ich kann einfach Gesetze erlassen, die nicht auf mich angewendet werden, sondern einfach auf die Leute, über die ich dann herrsche. Und das führt zu einem Verlust der Kontrolle. Man macht dann eben maßlose Gesetze, weil man sie auf eine Gruppe von Menschen anwenden kann, zu denen ich nie gehören werde. Das muss durchbrochen werden. Das muss durchbrochen werden, indem wir diesen Perspektivenwechsel, der sehr anstrengend ist, besonders wenn es um Ausländer geht, trainieren. Das ist nicht etwas, was man genetisch kann. Das ist nicht etwas, was der Mensch von Natur aus kann. Der Mensch muss das trainieren, muss es immer wieder üben, nicht weil es das Leben schöner macht, sondern weil es die Voraussetzung ist für jede funktionierende Gesellschaft. für jedes wirklich lebenswerte, für jede lebenswerte und gerechte Gemeinschaft von Menschen. Ich komme langsam zum Schluss mit meinem absolut Lieblingszitat. Wir sind ja eine zweisprachige Uni, deshalb belästige ich Sie jetzt mit einem französischen Zitat, aber immerhin von Montesquieu, der einer der allergrößten französischen Schriftsteller überhaupt war. Es geht hier um die Frage, sollen wir Sklaverei zulassen? Und entendir tous les jours que sera bon que parmi nous il yue des esclaves. Irgendwelche Leute verlangen ständig nach Sklaven. Das können Sie einfach ersetzen mit irgendwelche Leute verlangen, dass man die Grenzen schließt. Weg mit diesen Asylsuchenden, Asylanten, alles Fake-Flüchtlinge, weg mit ihnen Grenzen schließen. Das ist eine politische Diskussion, die ähnlich ist wie hier. Was sagt jetzt der Montesquieu? Er sagt, ja, gehen wir mal hin und beurteilen wir das. Il ne faut pas examiner, il sera utile à la petite partie riche et voluptueuse de chaque nation. Man muss dann eben nicht diejenigen fragen, die von der Grenz schließen, profitieren, sondern man muss eben auch die Fragen, die dann darunter leiden und der Clou, der Clou ist eben, das beginnt hier, prenons un autre point de vue. Das ist Perspektivenwechsel. Nehmen wir mal die andere Position ein. Je ne crois pas qu'aucun de ceux qui la compose, also das müssen Sie sich wegdenken, voulu tirer au sort. Ja, tirer au sort. Das ist eine moralphilosophische, moralphilosophische Trick, um bei Ihnen den Gedanken quasi hervorzurufen, was würde ich wollen, was ist aus meiner Sicht gerecht, wenn ich nicht weiß, zu welcher Gruppe ich gehören werde. Es wird also ausgelost, ob es zu den Sklaven gehören oder zu der reichen Gruppe von Menschen, die von den Sklaven profitieren. Wenn das ausgelost wird, was ist die Folge? Niemand will Sklaverei, weil sie natürlich Angst haben, selber Sklaven zu sein. Wenn sie aber wissen, dass sie niemals Sklaven sein werden, so wie sie genau wissen, dass sie niemals Ausländer sein werden, haben sie keine Bedenken und sagen, ja, her mit den Ausländern, her mit den geschlossenen Grenzen. Wenn sie das machen, dann ist es klar, dann ist es moralphilosophisch eindeutig, dann haben sie ein ungerechtes Urteil gefällt. Ja, das ist unbestreitbar. Dann zu Schuss, sehr schön finde ich auch die letzte Passage, Wollet-Vous savoir si les désirs de chacun sont légitimes? Ja, ob die Bedürfnisse, die Interessen, darf ich überhaupt das wollen, was ich will? Ja, fragen wir mal alle. Fragen wir erstmal alle, was die so für Bedürfnisse und Interessen haben. Erst dann können wir zu dem kommen, was eigentlich gefordert wird. Der John Rawls, nicht großer Rechtsphilosoph aus den USA, hat das in einer großartigen Berechtigkeitstheorie dann zusammengefasst, im Prinzip, und ausgebaut. Somehow we must nullify the effects of specific contingencies. Wir müssen eben genau diese Zufälligkeiten des Lebens, ja, bin ich in der Schweiz geboren, bin ich reich, bin ich ein Mann, bin ich irgendwie extrem tüchtig, da könnte man sich dann noch fragen, wie man das genau einschränkt, aber so die biologischen Zufälligkeiten, ja, sage ich es mal. Die, which put men at odds and tempt them to exploit the social and natural circumstances to their own advantage. Die müssen also irgendwie aus der Berechnung ausgenommen werden, weil wenn wir sie in der Berechnung drin lassen, dann können wir ganz fröhlich die Mel Brooks Theorie durchspielen und einfach sagen, ja, wir kriegen alles, der kriegt nichts. oder dem geben wir genau noch so, was er ungefähr so in Notlagen braucht, aber den Rest, den behalten wir. Ja, das muss also durchgespielt werden. Was ist nun diese ausgeloste Zufälligkeit bei unserem Thema? Die ausgeloste Zufälligkeit ist, wo sie geboren werden. Ja, der Isaac Asimov, einer meiner Lieblings Science Fiction Autoren, bringt das sehr gut auf den Punkt. der kommt auf die Welt und sagt, hey, was soll das? Sowjetunion? Spinnen die? Da kann ich nicht literarisch tätig sein, das geht nicht. He moved quickly to correct the situation. Gut für ihn, ja. Gut für ihn, dass damals die Menschen aus der Sowjetunion relativ frei in die USA fliehen durften. Also das bringt genau diese Zufälligkeit, dieses ausgeloste auf den Punkt. Kommen wir zum Schluss. Es soll nicht der Zufall bestimmen über meine Aussichten für die Zukunft. Es soll nicht der Zufall bestimmen, was ich mit meinem Leben machen kann und was nicht. Das ist eine Urliberale. Das ist wirklich die Grundlage eines liberalen Gemeinwesens, dass das nicht der Fall sein soll. Es soll nämlich der Fall sein, dass ich durch eigene Leistung, durch Rechte, die der Staat mir gibt, bei denen ich meine Leistung quasi maximieren kann, durch eigene Leistung, die Nachteile, die ich möglicherweise durch die Geburt habe, falsche Familie, in einer armen Familie geboren, falsches Geschlecht und so weiter, dass ich die irgendwie ausgleichen kann. Wenn wir das den Menschen nicht ermöglichen, indem wir eben nicht ein Recht etablieren, dann verletzen wir eine Urform der liberalen Gesellschaft. Das ist ein Freiheitsrecht. Ich will gar nicht sagen, dass es ein Menschenrecht ist. Es ist ein Recht, was wir als liberale, freiheitliche Gesellschaft, die wir ja so sehr mit unserer Identität immer kämpfen und immer befürchten, dass sie verletzt und zerstört wird durch irgendwelche Fremde, genau diese Identität zwingt uns eigentlich, dieses Recht auf Einwanderung anzuerkennen. Weil wenn wir das nicht tun, dann verletzen wir selber die Grundlagen, auf der wir unser ganzes Gemeinwesen aufgebaut haben. Ich schließe mit einem Zitat von Herman Melville. Er bezieht sich hier auf eine Situation in den USA, 1850er Jahre ungefähr. Da kam sehr viel aus Irland und die Nativisten, die haben dann gedacht, okay, wie können wir uns unterscheiden von den Iren? Und wir sind ja selber auch irgendwie eingewandert. Ah nee, aber mein Vater ist hier eingewandert. Ich wurde hier geboren, also reicht das schon, durch meine Geburt in den USA, zu sagen, dass ich etwas anderes bin, als die, die ein paar Jahre später quasi kommen. Die kamen dann, diese Iren, they bring all Ireland and her miseries with them und es gab Pogrome, es gab Angriffe auf Baracken, wo diese Iren quasi an den Häfen lebten. Es gab Parteien, die gegründet wurden, die nur darauf zielten, all diese Iren quasi wieder ins Meer zu schmeißen. Und es war eine Riesendebatte, ähnlich wie heute. Dann kommt Herman Melville in seinem Redburn, also nicht in Moby Dick, sondern er hat ganz viele andere supertolle Bücher geschrieben, aber man kennt leider fast nur den Moby Dick. Dann sagt er, Let us wave that agitated national topic. So wie wir eigentlich heute. Lass alles mal ein bisschen runterfahren. Nicht mehr von Flüchtlingswellen und Tsunamis und so. As to whether multitudes of foreign poor should be landed on our American shores. Let us wave it with the one and only thought that if they can get here, das ist natürlich sehr liberal gedacht. Die müssen halt selber kommen. Wir holen sie natürlich nicht, aber die müssen quasi rechtlich kommen dürfen. They have God's right to come. Gott habe ich jetzt nicht erwähnt, kann man machen, ist naturrechtlich vielleicht noch stärker, aber das braucht es in meiner Theorie nicht. Ob schon sie ganz ihr Land und ihr ganzes Unglück bringen. And will only consider how best the immigrants can come hither. Also man erleichtert ihnen einfach die Ankunft quasi. Since come they do. Sie kommen ja ohnehin. Das ist heute auch so. hat Tobias gesagt. Man kann es nicht hindern. And come they must and will. Ich habe eine enorme Liebe für Landschaften. Schon als Kind hatte ich fast so ein Fetisch für Landkarten. Nicht so sehr irgendwelche Hauptstädte oder so, sondern wirklich die Landschaften, also die Orte, wo man hingehen könnte. Sie können sich vorstellen, wie Google Earth ist für mich eine quasi paradiesische Zeit angebrochen. Ich verbringe Stunden auf diesem Google Earth oder auch hier nicht. Also so etwas ist für mich hochgradig meditativ. Eine Küste und ich stelle mir dann vor, wie es sein würde, da in diesem Wäldchen zu sitzen oder da auf dem Strand zu laufen. Und das Schöne ist, ja und das ist jetzt wirklich der Schluss, das Schöne ist, ich, weil ich dieses Glück hatte in der Schweiz geboren zu werden, ich habe überhaupt nichts dafür geleistet. Ich bin nicht besonders intelligent, ich bin nicht besonders moralisch einwandfrei, ich bin irgendwie nicht besonders stark. Ich könnte einfach hingehen. Ja, das ist irgendwo ein Ort in Südafrika, kann ich einfach hinfliegen, das ist ähnlich wie Kollege Bloch gesagt, mit der SBB, nicht einfach Zug und weg. Die Tatsache, dass ich das kann und andere Menschen nicht, nur weil sie im falschen Land geboren werden, ist eine Ungerechtigkeit, die ich persönlich nicht ertrage und die wir meines Erachtens ändern müssten. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus